Musik Ja, naja, immerhin. Warte mal, ich hab ihn doch gerade genauso gesetzt gehabt. Aber ich hoffe, verstehe ich das hier nicht, ne? So, jetzt stellen wir mal genau auf die Platte ab. Das passt wieder nicht, ne? Jetzt hat er so'n Knick nach rechts. Ach komm, scheiß drauf. Steam Sale, ja! So ein Kaffee des Tages hinter der Binde. Sehr gut, Sigi, sehr gut. Da sind die schon, Megan. Hat er noch nicht bei Steam zugeschlagen? Also sind ja ein paar gute Angebote dabei. Also ich selber hab mir auch noch nichts gekauft. Weiß auch nicht, ob ich noch was kaufen will. Uwa. So, und das letzte Teil. Shit. Boah, mit dem Umweg. Was ist das trotzdem? Boah, shit, das wird aber knapp, ne? So, wie ich das vorhabe, wird's knapp. Was soll ich auch so anschließen? Sehr gut. Okay, das kann lustig werden. Okay. Also, die machen die Stangen hier. So, die machen die Stangen hier. Ich bin's gut. Gut. Also, ich bin's gut. of think. Oh, Mann. völlig gut. Oh, Mann. So, ich bin's gut. Okay, das ist noch nicht meinst. So, ich bin's gut. Also, ich bin's gut. Und dann an der Fall. Oh, Mann. Ich bin's gut. Ich bin's gut. Der ist voll. Laber doch nicht. So. Und dann reißen wir auch die letzten ab. Jetzt hat wieder ganz viel Erz in der Tasche, ne? Shit. Ja, Lady. Ich schleich. Sehe kein Sale. Ist schon wieder vorbei? Nein, oder? So. Ob. Ich will noch mal komplett neu machen. Und aufstellen können. Doch viel nicer aus, oder? Etwa. Ich will noch mal komplett neu. Ich will noch mal komplett neu. nur wenn das mal nicht zu nahe ist aber das werden wir sehen das blüte weiß nur ab weil jetzt nicht funktionieren wird das finde ich manchmal echt fies gut werden die platten aufgebraucht schade sind die schon mal angeschlossen die produzieren dann schrauben alles einfach mit den schrauben machen können aber egal das ist aber auch nicht danach zu suchen ok foto angebote so so schauen wir mal wie wir das mit dem strom jetzt auf die spitze bringen können drei könnten wir noch anschließen reicht ja habe ich genug platz gelassen oder ich weiß ja nicht gucken wir so so jetzt natürlich alles ein bisschen anders jetzt auf der seite hallo ja 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 Puh. Sonne ist so klar, dass das jetzt wieder nicht passen wird. Hier wieder falsch rumgebaut. Ja, habe ich. Das kommt davon, wenn man nicht drauf acht gibt. Was hast du denn sonst gemacht, Sigi? Wahrscheinlich den ganzen Tag fast verpennt wegen Arbeit, ne? So, das lübt alles hier. Endlich mal ausgeschlafen. Sehr gut. Sieht sehr gut an. Hier müssen wir jetzt gucken, wie wir weiter bauen, ne? Aber wollen wir mal nicht so. Ich bin ja auch ein bisschen bereit. Ja, ich bin ja auch ein bisschen klar, wie wir mal mit den Tagan K Andrea respecting das Wachstum. Wie? 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 Jetzt können wir das Ding nochmal mittig anordnen. In der Hoffnung, dass das so passt, wie ich mir das vorstelle. So gut, so wirklich mittig geht nicht. Oh, nicht genügend Material. Ich glaube, Takt. Scheiße, die hat mich verlaufen. Da müssen wir hin. Alter, was geht's los, ey? Oha. Was hast du heute für dich getan, Sigi? Schon hab ich den ersten Kaffee gerade getrunken. Puh, da war die... Die Stromkabel weg. So, das können wir halt nochmal machen. Hier, du warst doch hier irgendwo angeschlossen. Da. So, ein bisschen Strom brauchen wir jetzt hier gleich ja auch noch. Ach, mir fehlen die Rotoren. Ich dachte, mir fehlen die Platten. Wow. Warte mal. Wir wollen uns doch bestimmt nachbauen, oder? Irgendwann wollte ich hier noch in der Werkstatt stehen. Trägen wir mal drei Stück fertig. Und gerade noch gefrühstückt. Sehr gut. Ist sehr gestärkt. Sehr gut. Aber du musst heute nicht raus, oder? Also, arbeiten. Scheiß Bart. Stärkte. Boah. Okay. So ein Arbeitstil, der Sigi, ne? Joachim, bitte. Tschüss. sporos bloodypack geworden. Solgewin, bitte. So. As mile. So. 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 Vielen Dank.